Ja, Micha, wie bist du jetzt hier angereist? Ja gut, gut drauf. Macht Spaß. War gut, bisschen unter Scheiß Regen, aber was soll's. Man ist von außen nass, von ehem ist man auch schon gut angebeugnet. Aber was der Kumpel da gemacht hat, im Abteil, dann noch da in den Aschenbecher pießen, das geht gar nicht, ey. Das ist unmöglich, ey. Was war da los? Nee, das fand ich nicht korrekt und war unverschämt, ey. Man muss mal vorher auf die Toilette gehen, aber... Das geht mal gar nicht, ey. Was hat der denn gemacht? Ja, wir haben rum, feige, feige, feige. Und er steht dann auf, macht den Aschenbecher auf und pisst da in den Aschenbecher rein. Und das geht mal gar nicht, ey. Jetzt sind mal immer, da sitzen andere Leute noch drin. Ja, und ich muss hier rein sitzen. Man meint, was, da stinkt der Aschenbecher? Geht gar nicht, ey. Ja, was hättest du gemacht in seiner Situation? Boah, ich hätt gewartet, bis ich ausgestiegen bin und dann würd ich irgendwo in den Busch gehen. Ganz einfach. Oder die Notbremse? Ja, Notbremse immer ausziehen können, aber nee, hab ich keinen Bock drauf gehabt. Was tippst du heute? Ich tippe heute den 2-0. Alles klar, viel Spaß. Ja.